Im November startet RTL 2 eine neue Dokusop rund um Großfamilie Weiß, worum es geht. 2026 ist für die Fernsehfamilie Wollny ein besonderes Jahr. Sollten dann noch neue Folgen der Sendung laufen, würde die Familie ihr 15-jähriges TV-Jubiläum feiern. Punkt heißt auch, Fernsehkameras haben Kinder vom Baby längst bis zum Teenageralter begleitet. Im Sommer startete die nunmehr 20. Staffel der Dokuserie rund um eine schrecklich große Familie. Familie Weiß, Familiendoku und Auswanderer-Format in einem. Im November plant RTL 2 nun den Start einer neuen Sendung, die ebenfalls Geschichten einer Großfamilie erzählt. Punkt diese heißt nicht Wollny, sondern Weiß. Produzent des Formats ist die Filmpool Entertainment, die zuletzt für den Vox-Nachmittag mit Full House schon ein Daytime-Programm umgesetzt hat, in dem Geschichten von Großfamilien erzählt wurden. Mit Willkommen bei Familie Weiß kommt nun also ein Primetime-Format hinzu. RTL 2 startet die Ausstrahlung am 13. November, ein Mittwoch, um 20.15 Uhr. Passend, Familie Weiß verbindet das Familienleben, das man in ähnlicher Form sicher von den Wollnys kennt, mit dem Auswanderer-Genre und könnte somit auch bei Personen Anklang finden, die bisher schon Spaß hatten an den Reimanns, Geissens oder Goodbye-Deutschland. Familie Weiß lebt nämlich auf Zypern. Sechs Kinder haben Mama und Papa Weiß, ein siebtes ist in Planung. Punkt mit viel Herz und Humor zeige die Serie den Alltag der Familie, die vor großen Entscheidungen steht und gemeinsam alle Höhen und Tiefen des Familienlebens meistert, verspricht der Privatsender. Punkt und weiter, die Doku Soap beleuchtet die Herausforderungen und Freuden einer Großfamilie und bietet spannende sowie emotionale Einblicke in ihr turbulentes Leben.